Ich glaube, die Forschung ist wirklich wichtig für die Prävention von Cybermobbing. Also die Frage, wie kann ich Cybermobbing reduzieren oder verhindern? Es ist ja eine Frage, ob ich dann beim Individuum beispielsweise ansetze, bei der Person, oder ob ich bei den Klassenstrukturen ansetze, beispielsweise die Zusammensetzung der Schulklasse verändere, mehr Mädchen, mehr Jungen und so weiter. Dafür ist diese Forschung wirklich wichtig.